Guten Morgen, kleiner roter Traktor. Ich hab gewonnen. Ja, ich bin der Champion. Du hast nichts von dem Wettlauf gesagt. Und, ist er schon hier? Wer, der kleine rote Traktor? Natürlich ist er das. Hier steht er doch. Nein, Jan. Wir meinen den Neffen von Herrn Junker. Thomas? Ja, der müsste schon hier sein. Der kleine rote Traktor und ich haben auf euch gewartet. Jetzt können wir ihn doch alle zusammen begrüßen. Hoffentlich kann er schnell laufen. Ich wette, er ist besser als du. Ach ja? Also fahren wir rüber zum Gutshof und prüfen das. Kommt, klettert rauf. Es sei denn, ihr wollt den ganzen langen Weg zum Gutshof lieber laufen. Komm, kleiner roter Traktor, los geht's. Jan müsste mit Max und Emma eigentlich gleich hier sein und ich bin sicher, du wirst sie mögen. Sie können dir die ganze Gegend von Pletscherbach zeigen. Pletscherbach ist stinklangweilig. Ich möchte lieber am Computer spielen. Tja, wenn du meinst, Thomas. Mach, was du möchtest. Also ich weiß nicht, die Jugend von heute. Es geht nur um Computer und Klingeltöne. Das war früher anders. Hallo, Herr Junker. Ist er schon hier? Wenn du Thomas meinst, oh ja, er ist hier. Thomas! Um ganz ehrlich zu sein, Jan, ich glaube, das Landleben gefällt Thomas nicht besonders. Er hat sein Leben bisher nur in der Stadt verbracht. Und jetzt sind meine Schwester und ihr Mann aufs Land gezogen. Naja, ich glaube, es wird eine Weile dauern, bis er sich daran gewöhnt hat. Nur keine Sorge, Herr Junker. Ich und der kleine rote Traktor zeigen ihm alles. Er wird sich hier sicher bald wohlfühlen. Nun, hoffentlich haben sie recht. Thomas! Hier wollen dich ein paar Leute begrüßen. Dieser Computer ist nur Müll. Ich wollte mit ihm Speedbike spielen. Aber da sind nur blöde Kartenspiele programmiert. Speedbike spielen? Das ist ein Computerspiel. Man hat ein Rennrad und das ist super. Und mega schnell. Ah, da fällt mir ein, du bist sicher Thomas. Ja. Also sowas wie ein Speedbike gibt's hier wohl nicht in der Gegend. Stumpi hat ein Quad zu Hause. Wir könnten dich ja mal zu ihm mitnehmen. Wir müssen zuerst noch die Kühe füttern. Und wenn wir damit fertig sind, Getreide zu Stumpis Windmühle fahren. Willst du mitkommen? In Ordnung. Du kannst dem Anhänger vom kleinen roten Traktor fahren. Kletter einfach rauf, Thomas. Alle Mann an Bord? Oh, mein schönes Sweatshirt. Es ist überall ganz schmutzig geworden. Ach, das bisschen Schmutz. Das, ähm, das, ähm, geht doch beim Waschen wieder raus. Na, hoffentlich. Ich kenn eine Mühle, die steht auf nem Feld. Darin wohnt ein Müller, dem's da gut gefällt. Für ihn ist dies Plätzchen das Schönste der Welt. Er rückt in der Mühle, die steht auf nem... Stumpi. Hör mit diesem Gekrächze auf. Gekrächze? Das war wundervoller Gesang. Gesang? Ach, so nennt man das jetzt. Verrat mir doch mal, was du da machst, Stumpi. Ich kümmere mich um die Hinterradaufhängung. Zieh die Schrauben nach. Es ist alles ein bisschen locker. Ähm, entschuldige, Flitzer. Tja, und das muss sein. Ich will nicht jedes Mal auf die Nase fallen, wenn ich mit ihm durch die Gegend fahr. Oh, nein. Das solltest du nun wirklich nicht. Genau. Sicherheit an erster Stelle, das sag ich ja immer. Hör ich das erste Mal, dass du sowas sagst? Ich kenn eine Mühle, die steht... Stumpi. So, da wären wir. Hilfst du uns dabei, die Kühe zu füttern, Thomas? Ich mag keine Kühe. Komm schon, Thomas. Die beißen nicht. Das Einzige, wofür die sich jetzt interessieren, ist ihr Futter. Hey, Thomas. Du wirst doch wohl nicht vor so ner Kuh Angst haben, oder? Ich? Natürlich nicht. Komm her, Thomas. Die sind ganz lieb. Sieh mal. Das mag sie. Hey, ich hab's getan. Ich meine... Kommt, Leutchen. Es wird Zeit. Wir müssen jetzt zu Stumpi. Der Mann mit dem Quad, ja? Klasse! Wer zuerst beim Anhänger ist, Thomas! Wart auf mich! Hallo, Jan! Schön, euch zu sehen, Jan. Und dich auch, kleiner roter Traktor. Und wer ist dieser junge Mann da? Oh, ich weiß schon. Du bist gerade erst hergezogen, Herr Junkers Neffe. Ja, genau, Stumpi. Ohoho, ich nehme an, dass du hier erstmal alles beschnuppern musst. Apropos schnuppern. Irgendwas riecht hier streng. Das bin ich. Ich bin in so'n Kuhdings geflogen. Wir sind um die Wette gerannt. Ich glaube, Thomas hätte gewonnen, wenn er nicht in die... Ähm, du bist wirklich schnell. Danke. Aber er stinkt trotzdem. Stumpi, also, ähm, wie wär's mit nem Stück selbstgebackenem Kuchen? Und vielleicht, äh, finde ich für dich ein paar alte Sachen von Stumpi. Dann kann ich deine inzwischen schnell durchwaschen. Ähm, nein, danke. Na gut, wie sieht's aus? Hilfst du mir dabei, die Säcke vom Hänger abzuladen, Stumpi? Klar mach ich das, Jan! Ähm, sind Sie denn mal mit dem Quad, hä? Oh, du meinst Flitzer, hä? Ja, das ist richtig. Du magst diese Dinge, hä? Ja. Na ja, vielleicht sollten wir mal nen kurzen Blick auf Flitzer werfen. Oh ja, bitte. Hier, das ist er. Ist da nicht ein Schmuckstück, hä? Ja, super. Danke, Herr Stumpi. Vielen Dank. Oh nein, er haut ab. Herr Stumpi, Flitzer, er rollt einfach weg. Herr Stumpi! Thomas, irgendwas stimmt da nicht. Flitzer, bleib stehen! Um alles in der Welt, halt an! Keine Angst, Stumpi. Der kleine rote Traktor holt ihn ein. Komm, kleiner roter Traktor! Komm schon! Hilf mit! Hey, Thomas, was ist denn hier passiert? Das weiß ich nicht. Flitzer ist einfach losgefahren. Ich hab versucht, ihn zu kriegen und jetzt steckt er hier fest. Er steckt fest. Er steckt fest. Das hat keinen Zweck. Der steckt unglaublich fest. Wir müssen erstmal den Baum da wegziehen. Den Baum wegziehen? Wie denn? Der kleine rote Traktor schafft das schon. Stimmt's? Er kann doch nicht diesen Baum wegziehen. Kleine rote Traktor ist viel stärker, als er aussieht. Pass lieber auf, Thomas. Komm, kleiner roter Traktor, das schaffst du! Er bewegt sich. Weiter, kleiner roter Traktor. Beeil dich, kleiner roter Traktor. Das Seil! Und weiter! Glitzer? Wo? Schnell, Stumpi. Zieh ihn da raus. Ich weiß nicht, wie lange der kleine rote Traktor den Baum noch halten kann. Und das Seil reißt gleich. Geh zurück. Na, lass doch, Glitzer! Geschafft! Das war klasse! Du bist toll, kleiner roter Traktor! Also, Thomas, was ist wirklich passiert? Jan, es ist alles meine Schuld. Ich mit meiner Bastelei. Ich muss die Bremse gelockert haben, als ich an diesem Radzugange war. Und dann muss Flitzer vom Achshalter gerutscht sein. Zum Glück ist kein Schaden entstanden. Gut gemacht, kleiner roter Traktor! Ähm, was? Thomas? Ach, du grüne Neune, was ist passiert? Wir waren bei Stumpi und dann ist Flitzer abgehauen. Und der kleine rote Traktor hat ihn gerettet. Und wir waren dabei. Und Max und Emma sind meine neuen Freunde. Und wir sind mit Flitzer gefahren. Was ist das für ein Gestank? Hä? Naja, das bin ich. Weißt du, die Kühe, du verstehst schon. Kühe sind toll. Hast du schon mal eine Kuh gestreichelt, Onkel Jasper? Die sind riesengroß, aber ganz lieb und freundlich. Aber das allergrößte ist der kleine rote Traktor. Er ist der Beste. Jasper? Das war wieder ein toller Song, nicht wahr? Und nun noch eine Meldung zu dem Film Die Außerirdischen, der heute Abend im Park gezeigt wird. Die Vorstellung ist total ausverkauft. Tut uns leid. Oh nein, den wollte ich unbedingt sehen. Für die Glücklichen unter euch, die noch eine Karte ergattert haben, der Film beginnt um Punkt 20 Uhr. Zur Einstimmung nun die Band Die Kometen mit ihrem Song Die Männer vom anderen Sterben. Das ist zu schade. Ich weiß, dass es alles Unsinn ist, aber ich liebe diese Science-Fiction-Filme. So, und damit bist du fertig. Und jetzt lass uns die Getreidefelder ansehen, ob wir schon ernten können. Komm, kleiner roter Traktor, los geht's! Fabelhaft! Sieht aus, als könnte das Getreide schon bald geerntet werden. Ach, so eine dämliche Wespe. Wo war ich? Ja, beim Ernten. Zisch ab! Wir machen uns vom Acker. Komm, großer Blauer. Weg mit dir! Raus hier! Lass mich zufrieden! Autsch! Oh, Vorsicht! Oh Mann! Das war knapp! Uff, gut gemacht, großer Blauer. Oh nein! Sieh nur! Sieh dir mein geliebtes Getreidefeld an! Hm. Ich glaube, es ist besser, wir mähen dieses Feld gleich. Ich möchte wirklich nicht, dass jemand dieses Chaos sieht. Komm, lass uns Ernte holen. So, da sind wir. Perfekt. Genau richtig gemäht zu werden. Komm, kleiner roter Traktor, lass uns zum Gutshof und fragen, ob wir uns Ernte ausleihen können. Wir haben keine Zeit zu verlieren, Ernte. Ich möchte unbedingt vermeiden, dass irgendjemand mein Feld in diesem Zustand zieht. Rrrr, dieser verflixte Reporter. Oh, wie aufregend. So was habe ich in meinem ganzen Leben noch nicht gesehen. Oh, jetzt macht er auch noch Fotos davon. Ich muss mir ganz schnell was einfallen lassen. Oh, dieser Bericht kommt bestimmt auf die erste Seite. Ah, einen wunderschönen guten Tag. Ist das Ihr Feld? Nun, äh, ja. Wissen Sie, was da passiert ist? Ich, ähm, ja, äh, nein. Ich habe es heute Morgen so vorgefunden. Oh, tatsächlich? Ja, äh, ja, Landstreicher. Es müssen Landstreicher gewesen sein, die alles zertrampelt haben. Unsinn. Sehen Sie doch die Größe der Spuren. Vielleicht hatten Sie besonders große Füße? Das waren Außerirdische. Die einzig mögliche Erklärung. Sie sind gelandet und haben diese wundervollen Kreise im Feld hinterlassen. Nun ja, also ich denke... Oh, das müssen Sie sich von oben ansehen. Das muss einfach umwerfend von oben aussehen. Holen Sie eine Leiter und sehen Sie sich's an. Aber ich, ich... Die Leute werden von überall her kommen, um das zu sehen. Sie werden gutes Geld dafür zahlen. Geld? Na sicher, aber was das Wichtigste ist, ich habe damit eine super Geschichte für meine Zeitung. Das ist eine Riesensensation, weil die Geschichte wird in aller Munde sein. Ernte ist nirgendwo zu sehen. Ich vermute, Herr Junker ist selbst mit ihm aufs Feld zum Mähen. Na gut, dann müssen wir eben irgendetwas anderes machen. Was hältst du von einer gründlichen Wäsche und einer tollen Politur? Das waren Wege des Herzens von Roland Weich und den Pochpochs. Und nun ein aktueller Beitrag. Ähm, ähm, hallo. Hä? Kommen Sie und staunen Sie über das an ein Wunder grenzende Ereignis. Für ein kleines Entgelt bekommen Sie die Gelegenheit, sich die Kreise im Kornfeld anzusehen, die Außerirdische mit ihren Raumschiffen hinterlassen haben. Herr Junker? Kommen Sie zum großen Feld hinter dem Gutshof und lassen Sie sich auf etwas Außerirdisches ein. Schecks sind auszustellen auf Herrn Junkers Abenteuer. Kinderhalber Preis. Herr Junker übernimmt keinerlei Haftung bei Nichtgefallen. Und nun... Kreise im Kornfeld? Außerirdische? Was ist denn in Herrn Junker gefahren? Das sollten wir uns mal ansehen, kleiner roter Traktor. Kommt, los geht's! Das glaube ich einfach nicht. Das ist umwerfend. Hier ist wirklich ein Raumschiff gelandet. Es muss riesengroß gewesen sein. Sieh dir das mal an. Ich werde versuchen, heute Nacht wach zu bleiben, für den Fall, dass sie nochmal zurückkommt. Ja. Oho, Elsie. Also ich muss sagen, ich bin ganz aus dem Häuschen. Ehrlich, Sie verpassen eine Sensation, Nikola. Unglaublich, dieser Anblick. Wissen Sie, ich glaube nicht an diese Raumschiffe. Es wird sich eine ganz normale Erklärung dahinter verbargen. Nun, äh, nein, äh, das ist Ihre Meinung. Ah, da kommt Jan. Ich bin sicher, er wird nicht daran zweifeln. Wir haben Sie gerade im Radio gehört, Herr Junker. War ich nicht fabelhaft? Was ist das für eine Geschichte mit diesen Außerirdischen? Das hättest du jetzt nicht fragen dürfen. Überzeugen Sie sich doch selbst. Das Eintrittsgeld, bitte. Rausgeworfenes Geld. Für so etwas kann man normalerweise nicht genug verlangen. Sieh schon. Also das sieht für mich wie Reifenspuren von einem Traktor aus. Nein, 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 das sind Raumschiffspuren. Fragen Sie doch Fritz. Fritz ist Experte für solche Angelegenheiten. Ja, das sind zweifellos Spuren der Raumschiffe von Außerirdischen. Und sie werden mit Sicherheit wiederkommen. Die kommen wieder? Oh, die kommen wieder? Ja, nach meiner Erfahrung geschieht alles zweimal. Ich würde mich jetzt auf das Nachbarfeld konzentrieren. Morgen früh werden dort die gleichen Spuren sein. Oh, nein. Morgen früh? Das bedeutet, die Außerirdischen werden heute Nacht auf diesem Feld landen? Also muss ich, ich meine, was ich sagen will, ist, ähm, heute Nacht werden neue Spuren entstehen. In der Tat. Oh, in was für eine Lage habe ich mich dann nur gebracht? Mann, die Gelegenheit darf ich nicht verpassen. Nikola, ich kann leider nicht mit dir ins Kino gehen. Mir ist was Wichtiges dazwischen gekommen. Ach, Papst, ich hab mich so darauf gefreut. Geht es um den Film, der im Park läuft? Ich komm gern mit dir. Wirklich, Jan? Das find ich toll. Das find ich auch. Sollen wir dich so gegen halb acht Uhr abholen? Na wunderbar. Sagen Sie, Fritz, wenn das zweite Raumschiff landet, macht es dann dasselbe Muster im Feld? Oh nein, Walter. Normalerweise viel größere. Oh nein. Das ist die Chance, ein Raumschiff von Außerirdischen zu sehen. Ach, Sie, Walter. Oh, schau, schau, schau. Was, äh, Fritz? Oh, was, was machen Sie hier? Ich möchte dieses Raumschiff sehen. Ich auch, Walter. Komm, Sie, setzen Sie sich. Wir können hier doch auch gemeinsam warten. Wer weiß, wann das Raumschiff landen wird? Genau, ja. Ich hatte bisher noch nie einen Film in einem Freilichtkino gesehen. Es war toll. Auch wenn einiges ein bisschen weit hergeholt war. Außerirdische? Eine Stulle? Oh, danke. Was war das? Das? Käse mit Gürkchen. Nein. Merken Sie es nicht. Doch, ja. Käse mit Gürkchen. Ich meine nicht das Brot. Die Erde bebt und, äh, dieses Geräusch. Oh, ja. Oh, ich weiß, was Sie meinen. Äh, Fritz, diese Raumschiffe, äh, wie groß sind die? Ich hab keine Ahnung. In Natur hab ich noch keins gesehen. Oh. Ich dachte, Sie wären Experte. Da ist nämlich eins. Walter. Es kommt direkt auf uns zu. Ich hau ab. Warten Sie auf mich. Aber erst noch ein Foto. Oh, äh, eigenartig. Diese Lichter, die sehen genauso aus wie in dem Film. Hey, loslassen. Das ist meine Kamera. Nein, nein, Sie haben die verteilt. Fäng hier. Oh, meine Augen. Was ist da los? Hören Sie doch auf damit. Was, ich? Fahr los, kleiner roter Traktor. Retten Sie mich. Vorsicht. Oh. Wer, wer, wer ist denn da? Herr Junker? Herr Junker. Sie sind also ein Außerirdischer? Ich, ähm, nein, das ist, das ist, äh, ich kann es erklären. Was geht hier bitte vor? Oh, also haben Sie diese Kreise im Kornfeld gemacht. Es war mehr ein Zufall. Zuerst war da... Einen Moment mal. Zuerst das Wichtigste. Ist niemandem etwas passiert? Oh, ja, ja. Alles prima. Ich glaube, mir geht es auch gut. Wer fragt denn Sie? Jetzt hören Sie mal zu. Sie haben doch schließlich mit dem hirnverbrannten Zeug angefangen. Hirn verbrannt? Ich dachte, diese Kreise wären recht. Es ist alles Ihre Schuld. Hört mal. Das Wichtigste ist doch, dass niemandem etwas passiert ist. Ja. Dank dem kleinen roten Traktor wäre er nicht gewesen, hätte uns sicher der große blaue angefahren. Ah, ja. Das ist es. Das ist meine Titelgeschichte. Oh, ich sehe sie schon vor mir. Raumschiff-Liebhaber. Vor bösartige Bauern gerettet. Oh nein, von einem mutigen Traktor. Lasst uns ein Foto machen und lächeln. Moment mal, das ist meine Kamera. Oh nein, von einem mutigen Traktor. 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 Oh nein, von einem mutigen Traktor.